Ich will euch eins sagen, jetzt bewege ich die Bilder hier, es wird viel reingerufen mit paar kleinen Toren, also richtig alle in Einsatz. Ich will mal sehen, ob ich den kleinen Franzosen zu fassen will. Oh, schöner Hammer, siehst du. Das war aber richtig klasse. Schön abgezogen, nicht lange gedödelt und es geht wieder weiter. Ja, das ist jetzt genau schön gespielt, wunderbar gemacht. Klasse gemacht, Ludo, sauber. Ludo ist auch ein klasse Mann. Alles wunderbar, das läuft hier wie geschmiert, Wetter gut. Die Spiele alle, die Spiele alle. Von hier kommt unser Hansi angelaufen, könnt ihr auch sehen, er ist wieder voll dabei. Ja, wenn Hansi mal etwa soweit ist, in zwei Wochen ist wieder, da bin ich von wieder zurück. Ja, schön. Sehr schön, alle voll in Einsatz, mit Ansagen, sehr gut. Sehr schöne, ich finde das ein schönes Video hier. Ihr könnt richtig gucken. So muss das sein. Alle in Einsatz, alle anlaufen. So, so ist es. Ja, das ist Passgenauigkeit, macht er jetzt. Passgenauigkeit. Und natürlich mal ein Abschluss hier. Wir wollen mal sehen, wer Tommi noch hält hier. Tommi Tolby, unser. Sauber, Jungs, habt ihr gut gemacht. Aber keine Trinkpause bitte, alles klar. Ja, das war doch mal interessant. So, Jungs, nochmal schönen Donnerstag. Alles klar, Mädchen auch. Tschüssi.